Liebe Schüler und Schülerinnen, ich hoffe, dass ihr letztes Mal etwas über das Haus gelernt habt. Und heute lernen wir etwas anders. Aber was? Hm, was ist denn das hier? Hier haben wir eine Pizza oder ein Hamburger oder Hähnchen. Und was ist das? Das ist das Essen. Wir lernen heute etwas über das Essen. Och, hast du Hunger? Hm, ich habe Hunger. Ja, ich habe Hunger. Okay, dann lernen wir einige Wörter für das Essen. Was haben wir hier? Was ist denn das? Das ist der Fisch, sagt der Fisch. Dann gehen wir weiter. Das ist der Schinken. Hm, ich esse Schinken. Dann haben wir, was ist denn das? Das ist der Käse. Ich esse Käse. Hm. Und das? Was ist das? Das ist das Hähnchen. Sagt das Hähnchen. Ich esse Hähnchen. Und was ist das? Ihr wisst schon wahrscheinlich. Das ist das Eis. Ich esse Eis. Hm, ich mag Eis. Und was isst du gern? Ich esse gern Hähnchen. Seht ihr, das hier ist das Hähnchen. Und wir sagen, ich esse Hähnchen. Znači, imamo pitanje, was isst du gern? Što znači, šta rado jedesch? A odgovor na to pitanje je, ich esse gern Hähnchen. Dann gehen wir weiter. Hier eine Aufgabe. Das hier ist ein Mädchen. Und was ist das? Das hier ist das Eis. Naja, was sagt das Mädchen? Ich esse gern Eis. Das sagt sie. Und hier haben wir einen Jungen. Was sagt er? Was hat er hier? Er hat hier eine Pizza. Und er sagt, ich esse gern Pizza. Okay, das war das Essen. Dann gehen wir weiter. Hm, was ist das hier? Birne, Ananas, Apfel. Was ist das? Das ist das Obst. Also, das Obst. Auf Serbisch, Wodsche. Das Obst je Wodsche. Koje Wodsche, si mu mi apripremio lasada? Hm, das hier ist der Apfel. Sagt der Apfel. Das ist ein Apfel. Und hier haben wir eins, zwei, drei, vier. Vier Äpfel. Also, ein Apfel, aber vier Äpfel. Dann gehen wir weiter. Das hier ist die Banane. Sagt die Banane. Und hier? Wie viele Bananen haben wir hier? Eins, zwei, drei. Wir haben drei Bananen. Hm, ich mag Bananen. Magst du Bananen? Dann gehen wir weiter. Das hier ist die Orange. Wir sagen eine Orange. Und hier eins, zwei Orangen. Also, noch einmal. Das ist eine Orange. Und das sind zwei Orangen. Ich mag Orangen auch. Und was magst du? Ich habe schon gesagt. Ich mag Orangen. Okay, hier haben wir einen Jungen. Der Junge hat einen Apfel. Und was mag der Junge? Was sagt er? Er sagt, ich mag Äpfel. Ich mag Äpfel. Also, noch einmal auf Serbisch. Was mag der Junge? Was sagt er? Ich mag Äpfel. Also, was mag der Junge? Staun, Wolli. Ich mag Äpfel. Ja, Wolli. Ja, Bucke. Okay, dann gehen wir weiter. Das hier ist nicht mehr Obst. Das ist das Gemüse. Das Gemüse. Kartoffeln, Paprika, Karotten. Das sind Gemüse. Das Gemüse je Paubertje. Was haben wir hier? Wir haben die Tomate. Also, die Tomate. Das ist eine Tomate. Und hier haben wir eins, zwei Tomaten. Noch einmal. Eine Tomate und zwei Tomaten. Dann gehen wir weiter. Was ist denn das? Der Salat. Das ist der Salat. Sagt der Salat. Ich mag Salat. Und was mag das Mädchen? Was sagt sie? Hier hat sie zwei Tomaten. Ich mag Tomaten. Sehr gut. Dann gehen wir weiter. Also, wir haben die Frage, was isst du gern? Und die Antwort dazu ist Ich esse gern Obst und Gemüse. Also, ich esse gern Obst und Gemüse. Oder Hähnchen. Oder Eis. Oder etwas anders. Zweite Frage war. Was magst du? Was magst du? Oder was willst du? Oder was willst du? Was willst du? Was willst du? Und wir sagen, ich mag. Und dann möchte ich etwas anderes. Und dann möchte ich etwas anderes. Wir nehmen das Buch und öffnen die Seite 65, also die Seite 65 oder hier könnt ihr die Seite sehen. Was haben wir hier? Was ist denn das? Das ist das Hähnchen. Das Hähnchen. Ich esse gern Hähnchen oder ich mag Hähnchen. Was haben wir weiter? Was ist denn das hier? Ihr wisst schon. Das ist das Eis. Ich mag Eis oder ich esse gern Eis. Dann haben wir. Was ist das? Das ist der Salat. Ich mag Salat. Magst du Salat? Na ja, natürlich. Ich mag Salat. Ich esse Salat. Was haben wir noch? Das hier ist der Käse. Ich esse gern Käse. Oder ich mag Käse. Das hier ist der Fisch. Ich esse gern Fisch. Und ich mag Fisch. Und hier haben wir einen Apfel. Ich mag Apfel. Ich mag Apfel. Oder ich esse gern Apfel. Dann haben wir hier eine Banane. Also wir sagen, ich esse Banane oder ich mag Banane. Liebe Schüler und Schülerinnen, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen!